Thorsten Schulte war gefeierter Autor und als Ökonom gern gesehener Experte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Doch dann schrieb er seine Bücher Kontrollverlust und Fremdbestimmt, die dazu führten, dass die Systemmedien einen Mantel des Schweigens über seine Veröffentlichungen legten. Obwohl auf den Bestsellerlisten auf Platz 1 und 2 wurden seine Bücher aus dem Buchhandel verbannt. Was nun bei seinem neuesten und nach seinen Angaben sicherlich letzten Buch passieren wird, ist ungewiss. Ungewiss, da er wohl entweder brutal attackiert oder neuerlich totgeschwiegen wird. Fest steht, sein neues Werk, Die große Täuschung, wird das Weltbild vieler Leser grundlegend auf den Kopf stellen. Thorsten Schulte schreckt dabei vor keinem Tabu zurück. Er berichtet von Freimaurerkreisen, von messianisch-religiösen Radikalen und er zeigt erstmals öffentlich gemachte Geheimdokumente. Das Buch wird polarisieren, es wird aufregen, es wird irritieren und deshalb ist es mit Sicherheit der provokanteste Diskussionsbeitrag dieses Jahres. Ich habe versucht, Thorsten Schulte vorab bei einem Interview, das wir vor vier Wochen hier aufgezeichnet haben, ein paar Inhalte zu entlocken. Zugegeben, das ist mir nicht ganz wie gewünscht gelungen, aber sehen Sie selbst. Bei Auf 1 sprechen wir nicht über andere Menschen, sondern wir diskutieren mit ihnen. Lassen alle Seiten zu Wort kommen. Wir müssen mit ihnen nicht immer übereinstimmen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist gerade im Schicksalsjahr 2024 für uns ein zu schützendes Grundrecht, nämlich ein grundsätzliches Recht. Sehr geehrter Herr Schulte, herzlich willkommen bei unserem Auf 1-Studio. Wir wollen heute über Ihr neues Buch sprechen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe eine erste Frage an Sie. Sie sind jene Person, ich kenne niemanden, der mehr Vorbereitungen, mehr Absicherungen getroffen hat, bevor er ein Buch veröffentlicht wie Sie. Sie haben umfangreich vorgesorgt, falls Ihnen etwas zustoßen sollte, weil Sie immer wieder in den letzten Monaten kommuniziert haben, dass es gefährlich sei, dieses Buch, an dem Sie jetzt gearbeitet haben, zu veröffentlichen. Warum veröffentlicht jemand wie Sie, der schon Bestseller geschrieben hat, der als erfolgreicher Autor bekannt ist, ein Buch, von dem er weiß, dass die Veröffentlichung gefährlich ist? Meine Mutter stellte mir die Frage, du hast eigentlich, und ich sage das ganz offen, du hast eigentlich genug Geld. Du lebst da jetzt in dieser wunderschönen Schweiz am Vierwaldstätter See. Junge, jetzt genieß doch mal dein Leben. Und ja, das kann ich tun. Aber ich habe das in den letzten Tagen, als ich jetzt seit Sonntag wieder in Deutschland unterwegs war, in Dresden, in Bautzen, in der Nähe von Merseburg. Ich war in München, habe ich all den Menschen gesagt, wenn ich auch in einer wunderschönen Gegend lebe, in der Zentralschweiz, und die Zentralschweiz wahrscheinlich als letzte untergehen wird in Europa, wie kann ich es denn eigentlich aushalten, wenn es mir dort vielleicht noch gut geht, aber ich um mich herum sehe, wie es meinen Freundinnen und Freunden immer schlechter geht. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir jetzt in eine Phase der Entschleierung eintreten. Und ich kann wirklich nur jeden auffordern, sich nicht anstecken zu lassen, wenn in den nächsten Wochen, Monaten mit diesem Buch eines passiert. Man wird vermutlich in meinem Wikipedia-Eintrag einen Vorwurf finden, der ja bis heute, wobei ich in den letzten Tagen noch nicht nachgesehen habe, aber vor ein, zwei Wochen war ein Vorwurf noch nicht im Raum, und ich befürchte, dass der bald kommen wird. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich muss das machen. Es gibt da so etwas, das steht so hinter mir, und das lässt überhaupt nicht zu, dass ich darüber nachdenke, dieses vielleicht nicht zu tun. Ich habe in den letzten zwölf Monaten an keinem Tag wirklich in Erwägung gezogen, dieses Buch nicht zu veröffentlichen. Und das, was Sie angesprochen haben an Sicherheitsmaßnahmen, ich gucke immer in den Himmel. Ich darf das ruhig hier sagen, ich möchte hier nicht missionieren, und ich möchte auch sagen, dass ich jedem aus jeder Religion die Hand reiche. Wer mich verfolgt hat bei den Demos für die Impffreiheit in Frankfurt, ich bin immer voranmarschiert und habe gesagt, wir sind hier Christen, wir sind hier Juden, wir sind Muslime, wir sind hier Atheisten, und welcher Religion auch ihr immer angehört oder keiner, schließt euch uns an für die Impffreiheit. Da spreche ich ja jetzt auch schon wieder einen Punkt an, mit dem wir gespalten werden. Ich kann alle nur bitten, lasst euch wirklich bitte, bitte nicht einreden, dass ich den Weg gehe des Hasses und des Zornes, sondern ich gehe den Weg mit diesem Buch für die Wahrheit vor allem, und die Wahrheit ist die Grundlage. Wer mir folgt seit Jahren, der weiß, dass ich ständig Karl Jaspers zitiere. Und Karl Jaspers hat gesagt, Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Wir kriegen keinen Frieden auf Erden, wir kriegen keine Freiheit, wir können die Freiheit der Menschen uns nicht zurückholen, wenn wir wirklich nicht uns der Wahrheit zuwenden. Und dieses Buch schreibe ich nicht, um irgendjemanden auszugrenzen, um irgendjemanden an die Wand zu stellen, um Hass zu predigen, weil Hass ist der völlig falsche Weg. Ich umarme jeden, der bereit ist, wie ich, für den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit einzutreten, ob er dabei Christ ist wie ich, ob er dabei Jude ist oder Moslem, ist mir völlig egal. Und ich habe oft nach oben geguckt und gesagt, wenn ich dir da oben tot mehr helfe als lebendig, dann ist das so, dann bin ich dazu bereit. Wichtig ist allerdings natürlich auch, die Kräfte, die wissen ganz genau, dieses Buch ist fertig. Wenn mir jetzt was passiert, dieses Buch, die liegt bei der Druckerei und 10.000 Bücher sind bereits bezahlt, 10.000 Bücher werden bezahlt bei Lieferung. Das E-Book ist fertig. Auch da hat ein Verlag die Bereitschaft erklärt, wie beim UFREM bestimmt, dafür zu sorgen, dass es auf 170, 180 E-Book und Hörbuchplattformen kommt. Alle Vorbereitungen sind getroffen, nur auf dem Weg dorthin dienst. Also das hört sich ja komisch an, als ich, ich bin im zweiten Halbjahr letzten Jahres, bin ich am 15. Juli nach Wunsiedel gefahren, habe vor 183 Menschen das damals aus meiner Sicht brisanteste Kapitel vorgestellt. Wir werden gleich dazu kommen, worum es dabei ging. Und ich habe wirklich vorher schon alles arrangiert. Ich habe das Schlusskapitel damals schon geschrieben gehabt, um sicherzustellen, wenn mir was passiert, dass das Buch dann dennoch erscheinen könnte. Hört sich für viele verrückt an. Aber ich bin ja auch so vorgegangen, dass das jeder weiß, dass rund eine Million Schweizer Franken, und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, dass eine Million Schweizer Franken, das ist mit meinen Eltern besprochen, die damit einverstanden sind, die eh beide 82 Jahre alt sind und sagen, nein, wir verstehen das, eine Million Schweizer Franken würden sechs Personen bekommen, nur mit der Verpflichtung, die Bücher fremdbestimmt und das neue Buch, die große Täuschung, dauerhaft anzubieten. Und damit glaube ich, also was will man mehr machen? Das ist für mich das klare Bekenntnis zu diesem Buchinhalt, wo ich aus ganzer Leidenschaft das ganze letzte Jahr über für gearbeitet habe. Ja, ich habe ja gesagt, Sie haben wirklich die besten Vorkehrungen getroffen. Ich kenne niemanden und mir ist auch niemand bekannt, der so viele Vorkehrungen getroffen hat für den Fall der Fälle. Sie sagen, Sie schreiben für Frieden und Wahrhaftigkeit und trotzdem bekommen Sie Drohungen. Und trotzdem haben Sie Dinge erlebt, wo Sie sagen, diese Vorkehrungen sind dennoch wichtig. Sie haben mir im Vorgespräch eine sehr einschneidende Anekdote erzählt, dass Sie auch schon Erfahrungen gemacht haben mit, wo Personen unter Druck gesetzt wurden, wo sie bedroht wurden. Wollen Sie darüber noch vielleicht sprechen, bevor wir zum Inhalt Ihres Buches kommen? Ja gut, ich kann mich daran erinnern, das war 2017, ich traf einen Professor und ich kam auf jemanden zu sprechen. Und dann merkte ich, wie er so ein bisschen schluchzt, ach ja Mensch. Und dann, er wollte erst nicht rausrücken mit der Geschichte. Dann sagte ich, aber irgendwas war doch gerade, als ich den Namen erwähnte. Und dann habe ich nicht locker gelassen und dann hat er mir erzählt, dass diese Person einen Anruf erhielt. Diese Person stand auch in diesem Raum, dieses Professors, dieses Mannes, ging hinaus und kam dann nach Leichenblas zurück. Und dann fragte dieser Mann die Person, ist was passiert? Und er sagte dann, jetzt bedrohen Sie meine Kinder. Deshalb, das sind Geschichten, da muss man schon manchmal schlucken. Wir müssen eines wissen, die Gegenseite ist zu allem bereit. Ich sage immer, das Böse ist bereit zu erpressen, das Böse ist bereit zu morden. Und leider übersteigt die Infamie dieser Kräfte unsere Fantasie. Eigentlich ist es gut, weil, dass ein guter Mensch gar nicht diese Vorstellungskraft hat, was man alles tun kann, um böse zu sein, um der Boshaftigkeit Wirkmacht zu geben, ist ja eigentlich gut. Aber auf der anderen Seite sorgt es auch dafür, dass viele Menschen sehr naiv sind. Sie sind gutgläubig und sie können sich nicht vorstellen, dass wirklich andere Kräfte bereit sind, etwas so zerstörerisches, Boshaftes zu tun. Jetzt sprechen Sie von Entschleierung in der ersten Antwort, die Sie mir heute gegeben haben. Was ist nun so gefährlich an Ihrem Buch? Worum geht es? Packen wir dieses heiße Eisen an. Wer das Buch Fremdbestimmt gelesen hat, der weiß, es enthält 888 Quellen, die ich ja im Übrigen auf der Seite fremdbestimmt.com bis heute für jeden öffentlich kostenlos zugänglich mache. Und mir ging es mit diesem Buch damals um eine Komplexitätsreduktion, dass die Menschen nicht hunderte Bücher lesen müssen, sondern mit diesen 484 Seiten über 304 Seiten. Die letzten 120 Jahre, Lüge und Täuschung, vieles erfahren. Dort habe ich ja in diesem Buch wirklich Beweis geführt, wie sehr wir belogen und betrogen werden. Und ich mache das auch da wieder nicht, um neuen Zorn zu säen, sondern um wirklich eine wahrhaftige Aussöhnung möglich zu machen. Es gibt Kreise, die wollen genau diese Aussöhnung nicht, weil wenn es diese Aussöhnung gäbe auf dem Fundament der Wahrhaftigkeit, könnten sie gewisse Dinge nicht tun, die sie tun. Ich bleibe jetzt an der Stelle bewusst nebulös. Dieses Buch hat einen roten Faden. Es wird nach meiner festen Überzeugung, ich sage Ihnen das offen, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben. Jeder macht dann erstmal, wie wir das in der Schule gelernt haben, man macht erstmal eine Struktur. Man gibt sich eine Struktur vor, man nimmt sich vor, welche Themen man ansprechen wird, man macht eine Inhaltsangabe. Haben wir alle mal so gelernt. Es gab ein Kapitel, das Kapitel 7 des Buchs. Und ich habe ja inzwischen in dem ersten Video dieses Jahres in meinem Kanal, Silber Junge Thorsten Schulte, das Video veröffentlicht mit der Inhaltsangabe. Die Inhaltsangabe des neuen Buchs ist bereits veröffentlicht. Das Buch wird am 24. Februar erscheinen. Und ich habe in dieser Inhaltsangabe bislang zu dem Zeitpunkt das Kapitel 7 nicht auf dem Schirm gehabt. Das Kapitel 7 behandelt folgende Person. James Thorsten, den ersten US-Verteidigungsminister der USA. Dann geht es um Josef Stalin, den Diktator der Sowjetunion. Das war ja ab 1927, als der Trotzki, in Wirklichkeit hieß er ja Bronstein, aus der Kommunistischen Partei hinauswerfen ließ. Und er hat ja 1940 dann Trotzki sogar von einem Agenten umbringen lassen. Es geht um Josef Stalin, wie er erpresst wurde. Ja, man hört gerade richtig. Eigentlich kann das sich kaum jemand vorstellen. Wie konnte man diesen Diktator erpressen? Dann geht es um Charles de Gaulle, der erst der Freund dieser Kräfte war. Ich bleibe bewusst hier noch nebulös. Und der dann allerdings im November 1967 in einer Pressekonferenz Sätze gesagt hat, die so nicht über meine Lippen kommen würden. Das sage ich auch an der Stelle. In dem Buch finden Sie mehr als einmal die Aussage der Verfasser dieser Zahlen, also meine Wenigkeit, will nicht richten, sondern nur berichten. Ich möchte auch und ich gebe einem Mann 182 Seiten Platz in dem Buch mit 484 Seiten, der nur in einem Bereich mir widerspricht. Aber ich lebe, ich setze auf Meinungsvielfalt. Wäre total langweilig, wenn Sie beispielsweise alles jetzt hier abnicken würden, was ich zum Besten gebe. Ich liebe den Diskurs und ich habe Sie bislang so verfolgt, dass Sie das auch tun. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass dieses Buch zum Nachdenken anregt. Und jeder möge selbst am Ende dieses Buches die richtigen Schlüsse ziehen. Charles de Gaulle war am Ende durchaus ein erbitterter Feind, weil er sich verraten fühlte und er hatte auch einen Grund dazu. Das werde ich ausführen. Danach gehe ich dann auf Richard Nixon an und ich sage Ihnen, dieses Kapitel, worüber ich gerade spreche, und das sind ja entscheidende Persönlichkeiten der Weltgeschichte der letzten Jahrzehnte, die ich gerade genannt habe. Dieses Kapitel hatte ich noch nicht auf dem Schirm, selbst als ich noch vor einem Jahr wirklich begann, alles, was ich nach zwei Jahren Recherche bereits im Kopf hatte und hier und da schon in Ordnern abgelegt hatte. Da hatte ich dieses Kapitel in keiner Weise auf dem Schirm. Und ich muss Ihnen persönlich sagen, an einem Moment, auch wenn ich hier stark bin, und ich bin wirklich stark, ich sage das auch so, wenn mir was passiert, es ist natürlich nicht leicht, wenn Sie Ihren Eltern sagen, es kann passieren, dass das Buch dazu führt, dass Sie an meinem Grab stehen müssen. Das sind so Momente, da wird man vielleicht etwas emotional, wenn man noch hier ein Herz hat und kein Herz aus Stein hat. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100 Prozent von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Aber ich sage das ganz deutlich, ich bin bereit, auch alles hier zu geben. Und das ist dokumentiert mit allem, was ich gegenüber meinen Eltern oder auch gegenüber der Öffentlichkeit jetzt hier kundgetan habe. Aber ich habe schnucken müssen, nämlich an einer Stelle, ich habe am 9.10. Oktober dieses Kapitel abgeschlossen. Und also nicht das Kapitel 7, sondern ich habe den Teil über Richard Nixon abgeschlossen. Und ich habe mir das gerade mal hier hergelegt. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen. Und es geht um etwas, was ein Journalist, ein langjähriger Journalist der BBC, der für den Nahen Osten zuständig war, namens Alan Hart, der befreundet war sowohl mit Golda Meir. Golda Meir war in der 60er Jahre, 70er Jahre Ministerpräsidentin Israels, eine sehr bekannte Frau. Auch sie war Ministerpräsidentin während des Jom-Pi-Po-Kriegs, wenn Sie sich erinnern. Das war im Oktober 1973, als die arabischen Staaten Israel angriffen. Und er war auch mit Yassir Arafat befreundet, dem ehemaligen PLO-Chef, dem ersten Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, der ja dann mit Yitzhak Rabin, dem israelischen Premierminister in den 90er Jahren, den Frieden zum Weltpreis erhielt. Also nur um das hier durchaus, damit die Menschen wissen, über welche Personen wir hier reden. Und dieser Alan Hart, der hat Folgendes geschrieben, nämlich über den US-Präsidenten Richard Nixon. Und ich erkenne mir das auch für die vielleicht auch jüngeren Zuschauer, die Richard Nixon nicht noch aus dem Fernsehen kennen. Richard Nixon war der einzige Präsident der Vereinigten Staaten, der zurücktreten musste im Amt. Und zwar im August 1974. Und alle, diejenigen, die sich noch an ihn erinnern können, die sagen dann sofort, Thorsten, das war ja, das war doch Watergate. Und dann sage ich, ja, da ging es um den Einbruch von einigen Personen in die Wahlkampfzentrale der Demokraten. Ich halte es für hochinteressant, dass selbst das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, das ist ja das sogenannte Wahrheitsministerium, nicht wahr? Oder das Wahrheitsmedium in Deutschland, eines der bekanntesten Wochen-Wahrheitsmedien, die wir kennen. Kleiner Scherz. Der Spiegel hat selbst vor wenigen Jahren noch festgehalten, dass man bis heute Richard Nixon nicht nachweisen kann, dass er den Auftrag gegeben hat zu Watergate und von Watergate wusste. Und gefallen ist er über etwas anderes. Das würde jetzt alles so weit führen. Das Interessante ist, dass Alan Hart schreibt, innerhalb von neun Monaten wurden zwei der drei mächtigsten und einflussreichsten Führer der Welt vernichtet. Am 9. August 1974 trat Präsident Richard Nixon in Ungnade zurück. Gebrochen durch die Watergater-Affäre am 25. März 1975 wurde König Faisal ermordet. Und Hart spricht dann auch einiges aus. Er macht uns aufmerksam auf einen Artikel der Jerusalem Post vom 17. Juni 1974. Richard Nixon ist wenige Wochen vor seinem erzwungenen Rücktritt nach Saudi-Arabien gereist. Und ich hatte, das muss ich Ihnen wirklich sagen, da wurde ich emotional, da hatte ich Gänsehaut. Es war nach dem 7. Oktober. Ich wusste, was dann nach anschrecklichen Dingen zu erwarten ist, zu befürchten ist im Gazastreifen. Ich will das ganz klar sagen. Also die Terrorschläge dieser Hamas können in keiner Weise von irgendjemandem aus meiner Sicht, der den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit liebt, gut geheißen werden. Das waren Terrorakte. Und Terrorakte verurteile ich. Ich verurteile aber auch Staatsterrorismus, den es gibt. Und ich weise in einem Kapitel auch darauf hin, was Helmut Schmidt sagte in einem Interview einige Jahre vor seinem Tod. Er sprach über Staatsterrorismus. Er wurde gefragt nach der Roten Armee-Fraktion. Er war ja deutscher Bundeskanzler in der Zeit der verheerenden RAF-Attentate, der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer und seiner Ermordung beispielsweise. Ponto wurde ermordet und so weiter und so fort. Wir hatten die Entführung Mogadischo, der Lufthansa-Maschine. Viele der Älteren wissen sofort, worüber ich spreche. Und Helmut Schmidt sprach aber dann davon, dass die Terroristen sich eigentlich gleichen, wie auch immer sie heißen. Die Rote Brigade in Italien genauso wie die Rote Armee-Fraktion hier und alle anderen. Aber er sprach dann noch über eine noch gefährlichere und abartigere, das gebe ich jetzt so sinngemäß wieder, Form, nämlich von Staatsterrorismus. Und dann wurde er gefragt, wen er meint, was er meint. Und dann sagte er, wir lassen uns bitte dabei bewenden. Er kannte die rote Linie. Er wusste, worüber man nicht reden darf. Den Kommunismus konnte er nicht meinen. Denn das Interview hat er gegeben nach der Jahrtausendwende. Da gab es den Kommunismus nicht mehr, auf den man aus diplomatischen Gründen vielleicht als ehemaliger Bundeskanzler hätte Rücksicht nehmen müssen. Den gab es nicht mehr. Also müssen sich die Menschen die Frage stellen, welches Land, meinte er, mit Staatsterrorismus, den er an den Pranger stellte. Und ich möchte Ihnen eines mit auf den Weg geben. Alan Hart sagte uns, dass Folgendes in der Jerusalem Post stand am 17. Juni 1974. US-Präsident Richard Nixon forderte gestern Abend die israelische Führung auf, den richtigen Weg der Staatskunft zu wählen und anzuerkennen, dass ein ständiger Krieg keine Lösung für das Überleben Israels ist. Ich will Ihnen ausdrücklich an der Stelle sagen, dass zumindest was diesen Punkt angeht, Richard Nixon eine völlig andere Seite gezeigt hat als die, die uns die Medien heute von diesem ehemaligen und zurückgetretenen US-Präsidenten zeigen. Und ich möchte Ihnen auch noch etwas mit auf den Weg geben und auch den Zuschauern. Richard Nixon hat demzufolge dem saudi-arabischen König Faisal, der ja dann im März 1975 ermordet wurde, gesagt, eure Majestät vertraut mir, dass ich Gerechtigkeit für die Palästinenser verwirklichen werde. Und er hatte noch etwas anderes vor, was ich hier nicht thematisieren werde, sondern ich will, und da können Sie mir jetzt vorwerfen, das ist vielleicht eine Verkaufsmasche. Nein, ich möchte wirklich, dass die Menschen das Buch lesen. Und wir werden das Buch für lächerliche 8,88 Euro, ist im Übrigen die Zahl für Jesus Christus, und ja, das ist durchaus Programm, sage ich ganz deutlich. Wir werden das Buch in Kindle, in Amazon für nur 8,88 Euro anbieten. Also möge mir hinterher niemand sagen, wir wollen nur mit diesem Buch Geld verdienen. Ich selbst werde sogar nichts verdienen. 15 Prozent der Bucheinnahmen bekommt der Kurautor Dr. Michael Hesemann, weil es mir sehr, sehr wichtig war, ihn dafür zu gewinnen für dieses Buchprojekt. Wir werden 14 Dokumentenseiten aus dem Geheimarchiv des Vatikans erstmalig veröffentlichen. Da sage ich auch an der Stelle, jeder möge sich die Frage stellen, warum ein Schulte daherkommen muss, damit diese Dokumente erstmalig der Öffentlichkeit gezeigt werden und warum nicht Papst Franziskus diese Dokumente selbst der Weltöffentlichkeit vorstellt. Wir haben viele Fragen und viele Antworten im Buch. Ich wiederhole einfach nur meine Vorgängerfrage, Herr Schulte. Worum geht es in dem Buch? Sie sind mir jetzt davon galoppiert. Sie haben gesagt, Sie haben eine Inhaltsangabe nur schwer zusammenbringen können. Nein, nein. Die Inhaltsangabe habe ich schwer zu machen, haben Sie gesagt. Das heißt nicht, dass ich die Inhaltsangabe schwer zustande gebracht habe. Es war nur so, dass ich ein ganz wichtiges, brisannes Kapitel erst im August, September mir vorgenommen habe zu schreiben. Gut. Sie wollen natürlich sofort wissen, was ist die rote Linie. Nun sage ich Ihnen aber, 484 Seiten biete ich den Menschen mit Beweisen. Alles ist geprüft in meinem Buchteil. Ich habe auch hier ja schon nur einige wenige Beweise aufgestellt. Ich kann Ihnen nur sagen, dieses Buch ist ein Kulissenriss. Wer dieses Buch gelesen hat, das sage ich Ihnen auch ganz deutlich, wenn ich das Buch nicht selbst geschrieben hätte. Sie würden mir heute, Herr Magnet, dieses Buch überreichen. Ich würde die nächsten drei Tage dieses Buch lesen. Ich bräuchte wahrscheinlich einige Wochen, um das alles zu verarbeiten. Weil vor Ihnen sitzt ja jemand, der auch nicht mit der Mutter mich bereits das aufgesogen hat, was in diesem Buch steht. Ich habe vor drei Jahren einen Augenöffner gehabt und bin auf das Thema gestoßen worden. Das Thema, oder sagen wir es so, es war ein Buch, das mir ein Ordensmann gegeben hat. Und dieses Buch heißt Der dritte Tempel. Und die Freimaurer und eine gewisse Religionsgemeinschaft, sie wollen den dritten Tempel. Und ich habe dann erst begonnen, mich mit beispielsweise der Freimaurer zu beschäftigen. Wir werden erstmalig Dokumente in diesem Buch abbilden. Ein Dokument ist bereits vor Jahren mal von Michael Hesemann veröffentlicht worden. Das ist ein Brief des Kardinals von Hartmann, einem Freund des Kaisers Wilhelm II. Alle drei Seiten werden in dem Buch abgebildet, alle drei. Das ist noch nie öffentlich irgendwo im Internet etc. getan worden, gestehen. Und wir werden darüber hinaus hochinteressante Dokumente von Matthias Erzberger veröffentlicht. Matthias Erzberger war Staatssekretär während des Ersten Weltkriegs im Kaiserreich. Herr Schulte, ich muss da jetzt reinkriegen. Ich versuche, Ihre Struktur reinzubringen. Ja, ich will Ihnen gerade, ich will Sie hinführen zum Roten Fahrt. Sie haben sehr viele Bücher jetzt aufgelistet. Ich fasse jetzt zusammen, ich mache mir ständig Notizen, was ich weiß. Ich weiß jetzt, Kapitel 7 haben Sie angesprochen, Sie haben verschiedene Namen aufgezählt. Sie haben eine, ich habe schon herausgehört, es geht auch um Israel. Denn Richard Nixon haben Sie in den Raum gestellt, bekam Probleme und wurde ihm vielleicht das sogar zum Verhängnis, weil er den Palästinensern, den Arabern in Saudi-Arabien und anderen Orten zum Frieden verhelfen wollte. Ich weiß, dass Sie einen Co-Autor, den Dr. Hesemann, haben. Und jetzt versuche ich nochmal mit der Oberfrage zu beginnen. Was ist der rote Faden? Können Sie uns das komprimiert sagen? Ansonsten muss ich im Detail weiterfragen. Ich versuche für unsere Zuschauer und auch für mich zu verstehen. Also ich habe Ihnen ja gerade gesagt, ich habe noch eine Übernachtung dran gehängt. Wir können auch gerne ein stundenlanges Interview führen. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen stundenlang über das alles zu sprechen. Ich merke gerade, Sie wollen nicht hin und her sprechen. Das habe ich gerade gemacht, ja. Dann verspreche ich Ihnen, wir kommen bitte im Verlauf des Interviews auf den Ersten Weltkrieg, auf Erzberger zurück, weil das ist hochspannend. Ich kann Ihnen sagen, der Kulissenriss ist der, dass die Menschen danach sehen werden, wer besten Handschrift, das alles trägt, was zu Krieg und Leid geführt hat. Ich werde mich in einem Kapitel widmen, der englischen Revolution, die 1649 zur Hinrichtung von Charles dem Ersten führte. Ich werde zeigen die Gemeinsamkeiten zur französischen Revolution 1789. Die Jahreszahl kennt jeder aus der Schule. Ich werde zeigen Hintergründe zur russischen Revolution. Sie finden ja hier beispielsweise ein Buch von Alexander Solzhenitsyn, dem Literatur-Nobelpreisträger, ich glaube, des Jahres 1972. Wissen Sie, das Problem ist ja heutzutage, viele Leute, wenn sie diese Dicke des Buchs sehen, wer liest einen solchen dicken Schinken? Ich werde mich auf die absoluten Schlüsselinformationen von Solzhenitsyn bei der russischen Revolution konzentrieren. Selbst Russen werden da Augenöffner erhalten, wirklich Augenöffner erhalten. Oder ich habe hier ein Buch von Lorenz Jäger. Das Interessante ist, mein Co-Autor. Und ich habe schon angesprochen, dass wir in einem Teil völlig unterschiedlicher Auffassung sind. Und das ist ein Buch beispielsweise von einem Historiker und FAZ-Journalisten. Ich bin ja immer bemüht, natürlich auch von Menschen, die absolut seriös sind, Wissen zu adaptieren. Und etwas, was Jäger gezeigt hat, wird von Hesemann in seinem Teil zitiert. Ich hatte das Buch schon, bevor Hesemann mich darauf aufmerksam machte, ich will das nur anmerken. Und ein Teil wird von ihm aber ausgeblendet. Ich will dem Mann keine Vorwürfe machen. Und ich habe ihm auch das noch jetzt in der Weihnachtszeit gesagt. Ich möchte dafür beten, dass Sie durch dieses Buch, ja, das alles aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. Und ich möchte jedem Menschen auch die Möglichkeit geben, erstmal dieses Wissen zu verarbeiten, in Ruhe über alles nachzudenken. Bin jederzeit auch zur Diskussion bereit. Und Hesemann ist beispielsweise der deutsche Repräsentant nach eigener Aussage der Pave Survey Foundation eines reichen Juden, die eben sich um die Aussöhnung von Juden und Christen bemüht und wie auch immer so. Also, wenn wir zurückkommen wollen zu Richard Nixon und anderen, will ich Ihnen nur sagen, der rote Faden ist der, dass Richard Nixon, James Forrestle, der erste US-Verteidigungsminister, Josef Stalin, Charles de Gaulle, eine Gemeinsamkeit haben. Und da müssen Sie so circa 40 Seiten lesen, damit Sie danach sagen können, entweder, also was der Schulte da zusammengeschrieben hat, das ist ja bei jeder Vernunft, oder Sie werden den roten Faden erkennen. Aber Sie müssen mir zugestehen als Journalist, dass ich jetzt schon so viel wie möglich von Ihnen herausbringen möchte, denn das ist ja auch der Sinn eines Interviews. Und ich versuche noch einmal zusammenzufassen. Sie sagen Erster Weltkrieg, russische Revolution, Richard Nixon. Auf dem Titelcover, das ich schon von Ihnen gesehen habe, ist John F. Kennedy, der Präsident. Nicht der, der zurücktreten musste wie Nixon, sondern der ermordet wurde. Und Sie haben jetzt schon mehrfach die Freimaurerei angesprochen. Ist der rote Faden die Freimaurerei, die hinter diesen Dingen steckt? Mittelbar ja. Gehe ich mal kurze Antworten. Ich bin ja eigentlich dafür bekannt, das haben Sie auch im Vorgespräch kritisiert, dass ich zu lange antworten habe. Sie geben lange Antworten, Sie führen auch Monologe, das was ja verständlich ist, aufgrund des Wissens, das Sie jetzt drei Jahre in sich aufgesaugt haben. Ich versuche aber trotzdem im Dienste der Zuschauer zu komprimieren, Komplexitätsreduktion zu bringen. Sie sagen, es geht ein roter Faden durch die Geschichte. Und Sie sagen, es sind immer wieder Kräfte, ich habe mir notiert, wessen Handschrift sichtbar wird. Und auch Erster Weltkrieg angesprochen. Kann man sagen, dass hinter der Freimaurerei noch eine, wir machen es jetzt schrittweise, noch eine Gruppe steht, die die Freimaurerei vielleicht wieder im Griff hat? Jetzt machen wir mal kurze Antworten. Ich kann jetzt einfach mal mit Ja und Nein antworten. Ich sage jetzt Ja. Gut, können wir diese Gruppe also nicht dort verorten, wo unsere Recherchen in den letzten Jahren hingeführt haben, dass wir sagen, es gibt die Bilderberger, es gibt das World Economic Forum von Klaus Schwab, es gibt eine trilaterale Kommission, es gibt Transatlantik-Netzwerke, dass dort die wahren Machtzentren zu verorten sind. Wenn Sie mit nicht begonnen haben, sage ich Ja. Sondern es gibt dahinter noch eine weitere Gruppe. Gut, und können Sie uns heute ein bisschen mehr sagen, wer diese Gruppe ist, oder gibt es die Antwort ausschließlich in Ihrem Buch? Dann komme ich nämlich schon in den Verruf, dass ich hier Teleshopping mache, denn dann werden die Leute natürlich sagen, gut, der setzt sich hin, macht uns den Mund wässrig und sagt nicht, worum geht es. Schauen Sie mal. Gehen wir in Medias Reis, sagen Sie mal, worum geht es. Nehmen wir mal Beispiele, so. Nehmen wir mal, okay, ich merke das schon und jetzt möchte ich natürlich... Ich werde jetzt unnachgiebig. Ich möchte Sie zu einem heute zumindest glücklichen Stefan Magnet machen. Ich habe hier ein Buch in der Hand. Und dieses Buch, ich sage Ihnen das ganz offen, das müsste eigentlich heißen, der geheime Krieg dieser Kräfte gegen die Kräfte, die es nicht sind. Ich sage Ihnen das ganz offen, sage ich auch in die Kamera. Was mir nur sehr wichtig ist, wir müssen immer differenzieren. Ich bin so stolz auf jeden Einzelnen, der jetzt am Wochenende in Israel auf die Straße gegangen ist und demonstriert hat für den Frieden und gegen das, was in Gaza passiert. Ich bin stolz auf jeden, der in Israel dafür gesorgt hat, dass das oberste Gerichtsgericht nicht anders konnte, als die Justizreform von Netanyahu zu stoppen. Ein Kapitel trägt ja die Überschrift und das ist jetzt ganz wichtig, es handelt sich um ein Zitat, das weder das Abgleiten Deutschlands noch Israels in den Faschismus zufällig war. Das ist ein Zitat von einer jüdischen Quelle und nicht von irgendeiner der hergelaufenen unbedeutenden jüdischen Quelle. Diese Auflösung erfolgt im Buch, sorry, die mache ich jetzt nicht. Aber ich zeige Ihnen nur mal dieses Buch hier. Der Secret War Against Jews, also der geheime Krieg gegen Juden, ist der Titel dieses Buches. Und während ich Ihnen sage, was mich elektrisiert hat, ich zeige Ihnen das mal eben hier. Also, Herr Magnet, ich gebe Ihnen jetzt mal eben dieses Buch über, damit Sie, ich sage jetzt mal in Deutsch sinngemäß, was da steht. Nehmen Sie das mal in die Hand, bitte. Ich sage Ihnen, ich habe das jemandem empfohlen. Und das Interessante ist, als ich das Kapitel begonnen habe zu schreiben, jeder, der mich kennt, der weiß, bevor ich erstmal anfange, ich recherchiere erstmal, ich besorge mir alle Quellen, ich besorge sie mir physisch, ich will nämlich überprüfen, ob das auch wirklich alles so geschrieben steht. Und dann habe ich das Buch hier mal mir empfohlen. Als ich angefangen hatte, das Kapitel zu schreiben, also diesen Punkt darüber zu schreiben, das war Anfang September letzten Jahres, da gab es das noch in archive.org. Sie kennen die Seite www.archive.org. Da können Sie ganz viele Sachen finden. Wer mein Buch fernbestimmt kennt, der weiß, dass ich schon oft verlinkt habe zu Büchern, zu alten Büchern vor allem, die dort in dieser Datenbank für jeden Jahr ausleihbar sind. Sie müssen sich nur anmelden, das geht ja ganz fix. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie ein Buch leihen für eine Stunde oder für zwei Wochen. Dieses Buch war die ganze Zeit ausleihbar. Als ich gestern noch geguckt habe und bereits zwei Tage, nachdem ich diese Empfehlung aussprach, war dieses Buch nicht mehr ausleihbar. Von daher, ich rede mir ja nichts ein, ich habe auch gar keine Paranoia, ich hoffe nicht. Aber man hat mich auf dem Radar, man verfolgt auf Schritt und Tritt, was ich in den letzten Monaten tue. Und in diesem Buch steht beispielsweise dort, dass die Zionisten 1944 bis 1946 einen Geheimdienst aufgebaut haben, vor allem im Weißen Haus in den USA und eben im US-Außenministerium und welche Erkenntnisse sie hatten. Und dort sehen Sie dann, dass James Forrestal, den ich ja heute schon ansprach, James Forrestal, der erste US-Verteidigungsminister von 1947 bis 1949, dieser Mann wird dort bezeichnet, dass er Josef Stalin, den Nektator der Sowjetunion, als Feind Nummer eins der Zionisten abgelöst hätte. Ich würde so etwas nie behaupten. Ich zitiere nur. An der Stelle sage ich nochmals, ich will nicht richten, sondern nur berichten. Und ich möchte, dass am Ende dieses Buches jeder selbst sich eine Meinung darüber bildet, wer die Feinde des Friedens sind. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100 Prozent von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mir sehnlichst wünsche, dass wir das Trennende in den Religionen überwinden. Ich, und das sage ich auch ganz deutlich, niemand muss mir folgen, wenn ich sage, dass ich das Vaterunser bete und mich zu Jesus Christus bekenne. Aber was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass sich Jesus Christus immer gewandt hat, nicht an ein einzelnes Volk, an eine Rasse, sondern das Christentum war immer offen für alle anderen. Und das ist es auch heute. Und das macht das Christentum zu etwas Besonderem. Und ich zeige im Buch, Kapitel 9, den heimlichen Krieg gegen Jesus Christus. Und ob die Zuhörer vielleicht jetzt sagen, ach, spätestens jetzt schalte ich ab. Ich kann nur sagen, ich kann den dringenden Rat geben, selbst wenn man an Gott nicht glaubt, selbst wenn man jede göttliche Ordnung anzweifelt, selbst wenn man auch sagt, Jesus Christus war keine historische Person, so kann ich nur jedem dringend empfehlen, sich mit dem Kapitel 9, der heimliche Krieg gegen Jesus Christus, auseinanderzusetzen und mit dem Ende des Kapitels. Und daraus lässt sich eine große Warnung ableiten. Und die betrifft uns alle, ob wir Christen sind, ob wir Juden sind, ob wir Muslime sind oder Atheisten sind. Ich habe vor einer Woche noch einen jüdischen Freund in Dresden getroffen. Und ich habe ihm gesagt, wenn wir den Weg der letzten 120 Jahre weitergehen, dann wird es schrecklichste Folgen haben. Und wer von uns diese überlebt und zu den Gewinnern gehört und wer nicht, denken Sie mal 1789 daran, da gibt es ja einen Ausspruch, die Revolution frisst ihre Kinder. Sie können in der Revolution zwei Wochen lang ganz oben sein und sind nach ein, zwei Wochen plötzlich auf dem Schafott unter der Guillotine. Ich denke beispielsweise an Robespierre, der erst der große Macher war und dann auf der Guillotine endete. Auch da wieder, auch das, diese drei Revolutionen, die Gemeinsamkeiten. Ich will Ihnen wirklich versprechen und ich könnte jetzt auch leere Versprechungen machen. Dann würde ich ja sehr schnell Lügen gestraft, wenn das Buch raus ist am 24. Februar und den Menschen dann sehr schlechte Bewertungen geben und sagen, der Schulter hat hier hinaus posaunt und eine hohe Erwartungshaltung geschürt. Das ist ja auch gefährlich, weil wir wissen, unsere Enttäuschungen liegen da, wo unsere Erwartungen sind. Ich erwarte ja von meinen Mitmenschen nichts mehr, weil kann ich auch nicht mehr enttäuscht werden, nach all den Erfahrungen der letzten Jahre. Aber ich kann wirklich nur sagen, ich verspreche, dieses Buch ist ein absoluter Kulissenriss und ich lade alle Menschen ein, gleich aus welchem Volk und aus welcher Religion und welcher Rasse sie angehören mögen. Wir müssen uns diesen geschichtlichen Wahrheit, ich sage das bewusst so, stellen, wenn wir wirklich eine gerechte Welt haben wollen. Wir müssen auch uns als Menschheitsfamilie begreifen. Sie wissen, dass Daniel Ganser diesen Begriff ja immer wieder in den letzten Jahren vor sich her trägt und ich schätze die Arbeit von Daniel Ganser sehr. Wir müssen nach meiner festen Überzeugung jetzt alles daran setzen, dass wir gemeinsam eine Entschleierung vornehmen. Ich sage es nochmal, Sie haben diesen Begriff ja bereits zugegeben. Wir wissen, wir haben dann die Auflösung im Buch, das haben Sie gesagt, wir waren jetzt bei Zionisten. Es ging jetzt in dieser Stelle um Zionisten. Zionisten, zum Verständnis für die Zuseher, die sich mit der Materie noch nicht so viel beschäftigen, sind jene Kräfte des Judentums, die einen Staat Israel haben wollen, die jetzt auch wieder gerade Krieg in Palästina, in Israel führen und die aber auch die gesamte Welt in den Dienst Israels stellen wollen, die auch in Amerika sehr stark im Einsatz sind, um den Staat USA hinter sich zu bekommen. Geopolitik mit beeinflussen und diese Zionisten, sagen Sie, haben schon zur Zeit des Ersten, Zweiten Weltkrieges in Amerika sehr starken Einfluss gehabt und das würde ja auch zu den anderen Wegmarken passen, wie Sie sagen, russische Revolution, Erster Weltkrieg. Zu diesem Zeitpunkt begann ja die Idee wieder konkret zu werden, dass man ein heiliges Land in Israel errichtet, dass man einen jüdischen Staat in Israel errichtet, Theodor Herzl und so weiter, das war alles um die Jahrhundertwende, also passt gut zusammen mit Erster Weltkrieg, russische Revolution. Sind, ist der rote Faden, sind das die Zionisten? Ja, und es ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, ich habe einem Juden beispielsweise die Rechte für das Buch Fremdbestimmt gegeben, für Russland, für die gesamte russische Föderation, er hat das Buch inzwischen auch ins Russische übersetzt. Wenn wir das Buch jetzt der Druckerei übergeben haben, werden wir, er muss die ganzen Bilder, die in Fremdbestimmt sind, müssen natürlich auch in russischer Sprache dann übersetzt werden, angepasst werden. Da brauche ich jetzt Unterstützung von meinem Buchsetzer. Und dieser Mann machte mich ja selbst darauf aufmerksam, dass wenn man streng genommen als Jude eigentlich lebt, dann dürfte man sich nicht für den Zionismus einsetzen. Ich finde das sehr, sehr interessant. Vielleicht kann er das selbst auch mal in einem gemeinsamen Gespräch der Öffentlichkeit vorstellen, weil ich bin ja selbst kein Jude. Das ist an der Stelle auch wichtig, wir müssen differenzieren. Ich möchte jeden mahnen, dass wir niemals alle Menschen gleichsetzen, die einer Religionsgemeinschaft oder einem Volk angehören. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Wir müssen sehr differenziert umgehen. Und wir sehen ja auch, dass es in Israel geht. Ich glaube deshalb, dass es jetzt an der richtigen Zeit ist, all diese Dinge auszubreiten, weil wir sehen, wie viele Menschen in Israel erkennen, was für eine Regierung dort an der Macht ist. Und ich habe ja gerade schon mal zitiert, das war nur ein Zitat, weder das Abgleiten Israels noch Deutschlands in den Faschismus war zufällig. Natürlich will ich keine Gleichsetzung machen. Das muss jeder wissen, dass die Taten der Nazis nicht gleichzusetzen sind mit dem, was Netanyahu macht. Aber es ist wichtig, wirklich nochmals, sich diesen roten Faden des Zionismus vor Augen zu führen. Ich habe im Buch Fremdbestimmt eine Rede noch nicht erwähnt, die ich jetzt im Buchkapitel 8 des Buchs erwähne. Das ist die Rede von Benjamin Friedman. Ich bin sicher, dass der ein oder andere unserer Zuschauer diesen Namen jetzt nicht das erste Mal hört. Und es ist hochinteressant, hochspannend zu sehen, was 1917 geschah. Etwas werde ich nochmals abbilden, was bereits im Buch Fremdbestimmt abgebildet war. Das ist das, was Churchill dem britischen Kriegskabinett im Dezember 1939 in einer Denkschrift zum Besten gab über die Belfort Declaration. Wir können hier in diesem Gespräch nur einzelne Punkte und einzelne Stichworte anreißen, Stichwortgeber sein. Ich verspreche, wie gesagt, dieser rote Faden wird im Gespräch erkennbar sein. Und mir ist an der Stelle auch eines wichtig zu sagen. Ich schreibe nochmals dieses Buch nicht, um irgendwelchen revolutionslüsternden, kriegslüsternden, hassbeseelten Menschen eine Plattform zu bieten und Argumentationen zu geben. Ich schreibe das Buch für den Frieden und die Freiheit der Menschen und für die Wahrheit in Bezug auf Karl Jaspers. Und deshalb an der Stelle eines, jetzt springe ich wieder. Ich hatte Ihnen ja gerade angeboten, ich gebe nur Ja und Nein-Antworten, aber Sie sind davon dann abgekommen, weil Sie keine weiteren Fragen stellten, Herr Magnet. Aber lassen Sie mich eines sagen, weil ich denke, das ist wichtig und dann spüren vielleicht die Menschen auch diesen Spirit, der mich beseelt und der mich antreibt. Zwischen 1901 und 1915 sind die Zahl von Misch-Ehen von Juden und Deutschen von 8,4 Prozent auf nahezu 30 Prozent angestiegen in dieser kurzen Periode von 1901 bis 1915. Es gab damals eine unglaubliche Symbiose von Juden und Deutschen. Völlig konträr zu dem, was unsere Medien uns heute erzählen. Wir hatten mit 1871 eine Reichsverfassung, die den Juden die gleichen Rechte gab. Wir hatten einen Kaiser, Wilhelm II., der 1888, als er Kaiser wurde, gelobt hat, dass er wie seine Vorgänger alle Religionen unter den Schutz seiner Krone stellt. Aber er hat dann auch schlimmste Erfahrungen gemacht, die dann 1923 zu einer Aussage führte, die ich im Buch protokolliere, die ich aber bewusst hier nicht ausspreche. Und das Interessante ist, nochmals, dass in der Zeit zwischen 1901 und 1915 die Zahl der Misch-Ehen stark anstieg. Und es war eben so, dass ein Mann wie Albert Ballin, das war der Chef der größten Ritterrei der Welt 1914. Sie waren mal Jude. Er gehörte zu den Kaiserjuden. Ein Begriff, den man geprägt hat, nämlich kein anderer als Chaim Beizmann, der erste israelische Staatspräsident, um all die Juden verächtlich zu machen, die eben mit dem Kaiser befreundet waren. Und Albert Ballin hat sich am 9. November 1918 das Leben genommen. Ich wünsche mir eine Zeit zurück, wo Deutsche und Juden in wirklicher Symbiose, ohne Hass aufeinander und ohne sich gegenseitig, ohne dass eine Gruppe sich der anderen zu unterwerfen hat, in einer Symbiose wieder zusammenleben. Das hatten wir von 1901 bis 1915 mit Blick auf die Misch-Ehe. Ja, aber ich zeige auch, dass kein anderer als der jahrzehntelange Chef von Chabadubavich davon gesprochen hat, dass der Holocaust möglich war, weil es einen faulen Ast am Judentum gab. Und ich denke, ich werde erstmalig in einem Buch diesbezüglich einen Zusammenhang erstellen, was, wie gesagt, noch nie zuvor jemand getan hat. Herr Schulte, ich muss wieder um eine kurze Antwort bitten. Sie haben jetzt dieses Chabadubavich-Zitat angesprochen. Sie haben damit ja auch skizziert, dass es einen Kampf innerhalb des Judentums gibt. Sie haben die Zionisten angesprochen. Nochmal eine kurze Antwort. Sind es alle Zionisten oder ist es ein Teil des Zionismus, der die Personengruppe umschreibt, der der rote Faden ist? Wissen Sie, ich bin nicht der liebe Gott. Ich bin nicht der Besitz der absoluten Wahrheit. Ich kann Ihnen nur sagen, dass zumindest die wichtigsten Teile des Zionismus etwas verfolgen, was ich beispielsweise beweisen kann. Wir haben hier ein Buch von Nahum Goldmann. Nahum Goldmann war der Mitgründer des Zionistischen Weltkongresses und jahrzehntelang der führende Zionistenführer. Und Nahum Goldmann spricht hier davon, dass erstmal eine alte Ordnung beseitigt werden muss, dass alles zerstört werden muss, die gesamte bisherige Ordnung. Da muss etwas Neues aufgebaut werden, nämlich ein neues hierarchisches System. Das steht hier drin. Und dieses hierarchisches System, wenn er davon spricht, dass das sogar ein pyramidales System ist, so kann ich Ihnen eines nur sagen. An der Spitze einer Pyramide steht nur einer. Das heißt, diese Kräfte, ich sage das ganz deutlich, sie träumen von einer Weltregierung. Das sind keine Verschwörungstheorien. Das sind keine Verschwörungstheorien, sondern... Achso, hier, Entschuldigung. Das sind keine Verschwörungstheorien. Es wäre schön, wenn es so wäre. Da haben Sie jetzt dankenswerterweise etwas vorweggenommen, denn meine nächste Frage wäre gewesen, was wollen diese Kreise, was will der rote Faden? Sie haben Goldmann und das Zitat mit dem pyramidalen System und mit der Weltregierung angesprochen. Damit sind wir ja wieder bei der Freimaurerei. Wenn Sie sagen, diese Kräfte stehen hinter der Freimaurerei, wurde sozusagen die Freimaurerei installiert, um hier ein operatives Feld zu haben oder eine Struktur zu haben. Kommt das vielleicht auch in Ihrem Buch vor? Dr. Michael Hesemann bestreitet jede Einflussnahme und jede Verbindung zwischen der Freimaurerei und den anderen Kräften, über die wir gesprochen haben. Ich werde aus meiner Sicht zwei Beweise zeigen, die die Menschen sicherlich nachdenklich machen. Aber ich sage es Ihnen ja an der Stelle. Jeder möge selbst diese Beweise, die ich dann dort zeige, auf sich wirken lassen und am Ende dann eben sich für eine der beiden Seiten entscheiden. Es kommt ja nicht oft vor, dass ein Buch an einer Stelle, in einem wesentlichen Bereich, zwei Autoren hat, die unterschiedliche Auffassungen haben. Und da sehen Sie aber, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen nicht mit Wahrheitsfanatismus hier in den Tag hineingehe und in dieses Interview hineingehe, sondern ich liebe den Diskurs. Ich möchte, dass wir Beweise sprechen lassen und dass sich jeder danach ein eigenes Urteil bildet. Die Beweise sind im Buch, die werde ich heute nicht zeigen. Wir wollen ja, dass Sie das Buch auch kaufen. Aber ich verspreche, die Beweise sind im Buch enthalten. Ihre Person kennen die Menschen vermutlich. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Gerade das Buch Fremdbestimmt ist ein Megabestseller geworden, weit jenseits der 100.000 verkauften Exemplare. Wer ist denn Ihr Co-Autor, der Dr. Hesemann, den Sie gerade erwähnt haben? Dr. Michael Hesemann ist seit 1999 akkreditiert beim Vatikan, hat Zugang zum Vatikanischen Geheimarchiv. Er hat beispielsweise über den Völkermord an den Armeniern ein Buch geschrieben, welches auch dazu geführt hat, dass er die Doktorwürde ehrenhalber honoris causa erhalten hat. Dieser Mann hat einen engen Rat zu Benedikt XVI. unterhalten. Er war noch Anfang Dezember 2022. Benedikt ist ja dann am 31. Dezember verstorben, war ja noch bei Benedikt zu Besuch. Und dieser Mann hat eben über auch Pius XII. sehr umfassend eben Unterlagen gesichtet. Der gehörte zu nur 25 Historikern, die als erster Zugang bekommen hatten zu allen Dokumenten aus der Zeit des Papsttums von Pius XII. Das war der Papst, der auch während der Nazi-Herrschaft eben Papst war. Und dieser Mann hatte sich bereit erklärt, hier diesen Teil zu schreiben. Und ich bin sehr froh, dass er das getan hat. Und ich bin sehr gespannt, wie die Menschen dann eben in den nächsten Monaten auf die Inhalte reagieren werden. Und ich sage es nochmals, dass diese beispielsweise, sie hatten mich da unterbrochen, als ich doch über Matthias Erzberger sprechen wollte. Und Sie können mir das hinterher vorwerfen. Aber wenn Sie so ein Buch geschrieben haben und die letzten drei Jahre nur noch aufstehen, entweder lesen oder darüber schreiben, dann können Sie auch schon lange darüber reden. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch drei Interviews machen. Und ich habe Ihnen ja gesagt, als Sie mich vorher fragten, ob Sie mich auf einzelne Dinge ansprechen können, dann habe ich Ihnen ja was gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe das Buch selbst geschrieben. Also von daher weiß ich auch, was wo steht. Und mir ist an der Stelle wirklich eines wichtig. Wir sind wirklich in den letzten Monaten. Ich habe im Sommer ein Telefonat geführt mit einer Person, die ich seit 2018 kenne, die ich sehr geschätzt hatte und bewahrte. Und diese Person hat dann zu mir gesagt, wenn ich dieses Buch so schreibe, wird man mich umbringen. Da habe ich gesagt, wieso? Und dann geriet die andere Person in Stocken und sagte nur, ja, das werden Sie nicht zulassen. Sie werden dich irgendwann umbringen. Da sage ich, gut, dann muss das so sein. Ich habe andere Fälle gehabt, dass mir zwei Personen, zwei Personen mit der gleichen Argumentation gesagt haben, wenn du dieses Buch schreibst, wirst du dein neues Refugium in der Schweiz verlassen müssen. Und sie haben mir dann auch gesagt, beide übereinstimmt, ich würde meine Wohnung verlieren. Da habe ich gesagt, ich habe einen sehr reichen Freund, der hat genügend Wohnungen, also obdachlos werde ich in der Schweiz nicht. Da muss ich eben diese schöne Wohnung, die ich habe, ich habe jetzt gerade eine sehr schöne Wohnung, muss ich die eben verlassen. Ich sage das ganz deutlich. Es ist, ich möchte an dieser Stelle einhaken, denn natürlich fragen sich die Leute, warum muss es das Jahr 2024 werden und warum muss Thorsten Schulte kommen, um sozusagen hier gewisse Elemente aufzudecken. Aber wir sind ja alle auf der Suche, wer in Wahrheit die Strippen zieht. Sie haben jetzt eine These vorgelegt und Sie sagen, Sie untermauern diese These mit hunderten Quellen. Sie haben jede Menge Bücher mitgebracht und als Sie hier aufgebaut haben, habe ich gefragt, was wird das heute? Wir haben hier heute eine Buchlesung und Sie haben gesagt, nein, ich habe die Quellen, wesentliche Quellen, einen Teil davon mitgebracht. Können Sie uns einen Auszug geben, was Ihre These hier unterstützen würde? Denn es ist natürlich für Menschen, die sich das erste Mal mit Hintergrundkräften beschäftigen, sehr harter Tobak zu sagen, Erster Weltkrieg, russische Revolution, Richard Nixon, JFK, das gehört irgendwo alles zusammen. Hier gibt es Kräfte, die tatsächlich im Hintergrund an einer Weltregierung arbeiten und diese Kräfte heißen beispielsweise nicht Klaus Schwab oder sitzen nicht beim Bilderberger Treffen. Können Sie uns einen Auszug geben? Gibt es hier noch etwas, was wir hier zur Unterstützung, wo wir wissen, aus dem Buch können wir etwas vielleicht schon erfahren? Ich habe Ihnen aber gerade schon einen Auszug hier rausgebracht. Sie haben mir ein Beispiel gesagt. Ich habe Ihnen beispielsweise hier raus einen Auszug gebracht. Sie haben auch gerade schon andere Dinge gelesen. Ich muss also wirklich sagen, schauen Sie, als ich das Kapitel bei John F. Kennedy abgeschlossen hatte, das war am 14. Juli. Ich wollte dieses Kapitel abschließen und ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, aber Sie gehörten zu dem Personenkreis, dem ich immer, wenn ich etwas wieder abgeschlossen hatte, das Buch gegeben habe. Und ich habe damals eben sofort auch dieses, ich wollte das Kapitel fertigstellen, bevor ich die Reise nach Deutschland unternehme, am 15. Juli nach Wunsiedel, wo ich das Kapitel vorgestellt habe, weil ich immer gesagt habe, ich hatte wirklich immer die Angst, wenn mir jetzt was passiert, dass dieses ganze Wissen dann doch wieder verschluckt wird, von einem schwarzen Loch so. Es hört sich alles ja komisch an. Und ich habe, es gibt einen rund dreistündigen Mitschnitt des Vortrags, den wir dann auch sofort gesichert haben. Ich habe damals bei JFK wirklich gedacht, das ist das brisandeste Kapitel. Deshalb stand in der Inhaltsangabe damals, Kapitel 4 JFK, Kapitel 3, ein Appell vor den beiden brisandesten Kapiteln des Buches. Ich habe das dann abgeändert in den letzten Wochen vor den folgenden Kapiteln, weil alle Kapitel, die danach folgen, sind aus meiner Sicht, aber ich überlasse das dann dem Leser des Buches, er hat es ja bald, sind aus meiner Sicht brisant. Wissen Sie, bei JFK, dann kann man sagen, naja, der Schulte hat jetzt also drei Sachen gefunden, Motive gefunden, die verheimlicht werden. Er zeigt auch, Mensch, das ist ja hochspannend, da gibt es sogar einen Telefonmitschnitt, einen Anruf im Weißen Haus. Wenig, wirklich, also einen kurzen Moment nach der Ermordung von Oswald, dem angeblichen Einzeltäter, durch Rubenstein. Sie sieht es ja in Wirklichkeit, der Mörder des Mörders, des angeblichen Mörders von Kennedy. Und dann führe ich sehr, sehr viele Dinge aus. Aber dann kann man doch immer sagen, naja, da hat der JFK vielleicht einen Fehler gemacht. Kann ja sein. Und dann, manchmal ist das eben in der Geschichte so, dass man dann umgebracht wird. Und wenn Sie dann aber dieses Muster erkennen, mit diesem Kapitel 7, was ich ja schon angesprochen habe, nochmal, James Forrester, Josef Stalin, Charles Figuol, Richard Nixon. Aber wir können auch deutsche Namen nennen. Wir können beispielsweise einen Helmut Schmidt nennen, der 1981 einen offenen Konflikt hatte mit dem israelischen Ministerpräsidenten der damaligen Zeit. Und der damals gesagt hat, die Außenpolitik Deutschlands der 90er Jahre darf nicht eben von Auschwitz bestimmt werden. Stellen Sie sich mal vor, ob der Olaf Scholz in der Lage wäre, einen solchen Ausspruch zu machen. Wohl kaum. Wohl kaum, oder? Wohl kaum, da gebe ich Ihnen absolut recht. Und ich könnte Ihnen noch weitere deutsche Personen nennen. Nennen wir Jürgen Möllemann, der als letzter zitiert wird. Davor kommt in diesem Buchabschnitt, Kapitel 7, Besterwelle. Und die Menschen können sich hinstellen und sagen, der Schulte fantasiert, der Schulte spinnt. Das sind wieder Verschwörungstheorien. Selbst die ARD hat ja ihn bereits 2017 nach seinem Platz 1, Spiegel-Bestseller, Kontrollverlust zum durchgeknallenden Verschwörungstheoretiker gemacht. Ich kann allen nur sagen, das könnt ihr tun. Ich kann damit leben. Also ich kann damit leben. Nur, ich sage, wenn ihr alle nicht bereit seid, euch jetzt der Wahrheit zuzuwenden, euch auf die Wahrheit suche, wie ich begebt, dann werdet ihr, das sage ich euch allen voraus, in den nächsten Jahren schrecklichste Dinge erleben. Das sage ich euch voraus. Also ich denke, dass es unbestritten ist, dass auch unseren Zusehern vollkommen klar ist, dass Kritik beispielsweise am Staat der Israel oder generell am Judentum insgesamt absolut vermintes Gebiet ist. Gerade für Deutsche ist es nahezu unmöglich, hier überhaupt sich differenziert zu äußern. Jürgen Möllemann hatte einen schrecklichen Unfall, nachdem er es gewagt hatte, mehrfach als FDP-Mitglied. Also Falschussprünge mache ich nicht mehr. Ich habe mal 29 gemacht, die reichen mehr. Das ist unbestritten, das ist unbestritten. Die Frage oder die These, die Sie jetzt aufwerfen, ist, dass im Hintergrund aber tatsächlich Kräfte sind, die zu diesen Kreisen führen und dass es deswegen unabdingbar ist, kann ich das so zusammenführen, dass man sich damit beschäftigen muss, in die Literatur gehen muss und Sie haben das in Ihrem Buch zusammengefasst. Ist das Ihre, kann ich das so zusammenfassen auch? Herr Magnet, nochmals, ich lebe jetzt eigentlich in der Zentralschweiz, in einer wunderschönen Gegend. Ja, ich müsste nicht mehr arbeiten und ich sage es dennoch, ich gehe diesen Weg jetzt, wohlwissend, dass eines bei mir noch nicht stattgefunden hat. Zum Verschwörungstheoretiker hat man mich 2017 gemacht, obwohl ich vorher sogar noch im Heut-Journal mal dreimal eingeblendet wurde, obwohl ich vorher auf der ARD-Bühne mit Mikro mit dem Deutschlandchef, dem Chefstrategen von BlackRock diskutieren konnte. Da war ich noch schlau genug. Oder in der Börse am Abend bei N24, die Welt. Alexander Simon, der heute noch dort Moderator ist, mit dem ich befreundet war, also angeblich befreundet war, der hat jeden Kontakt abgebrochen. Abbrechen müssen, man weiß das ja nie. Ich will nie Zorn walten lassen. Ich habe, das sage ich Ihnen auch, bei Ihrem Neujahrsempfang noch mit Jürgen Wischniewski gesprochen, habe gesagt, sagt dem Jochen Kopp bitte vom Kopf verlachen, herzlichen Gruß. Jetzt ist ja etwas Zeit vergangen und ich würde mich sehr freuen, das sage ich auch hier, wenn wir mal ein Gespräch führen, weil ich weiß nie, inwieweit Menschen fremdbestimmt waren, unter Zwang standen, unter Druck standen, einfach auch Angst hatten um das, was sie tun. Ich meine, auch Sie, Herr Magnet, ich danke Ihnen, dass Sie mir überhaupt diese Plattform hier geben, weil auch Sie müssen ja die Sorge haben, dass man Ihnen vielleicht eine Nähe zu einem Antisemiten unterstellt. Schauen Sie, ich habe im Februar letzten Jahres Hans-Georg Maaßen angerufen, habe ich nie publik gemacht, jetzt muss ich es machen, und habe ihm gesagt, Herr Maaßen, das war die Zeit, als das CDU-Präsidium Ihnen zum Antisemiten abstempelte. Da habe ich ihm gesagt, ich schäme mich dafür, dass ich mal dieser Partei angehört habe und ich möchte ihn den Rücken stärken, lassen Sie sich davon nicht unterkriegen. Ich als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, ich erwähne Maaßen ja auch zu Beginn des Buchs, weil in welcher Zeit leben wir denn, wo ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident plötzlich von der CDU ohne konkrete Verdachtsmomente, ohne konkrete Begründung zum Antisemiten gemacht wird. Und Herr Magel, ich sage Ihnen das natürlich, Sie haben es ja selbst angesprochen, nach diesem Buch wird man sicherlich alles daran setzen, mir dieses Etikett anzuheften. Aber ich bin kein Antisemit, ich bin gegen keinen, keine Religion, ich predige keinen Hass gegen irgendeine Religion, noch gegen irgendein Volk. Ich möchte den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit für alle Menschen auf diesem Planeten und nicht nur für irgendwelche Einzelgruppen. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch in Sorge um Ihre jüdischen Freunde sind, die Sie ja haben und Sie haben ja auch erwähnt, vorhin einen jüdischen Freund. Wie wird das in diesen Kreisen aufgenommen? Vielleicht können wir dazu nochmal kurz kommen. Also zwei jüdische Freunde besitzen die ersten 162 Seiten des Buchs, bis zum Kapitel 7, das Kapitel 7, über diesen Forrestal, bla 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 und nix und nicht. Das beginnt auf Seite 163 und ich stehe mit Ihnen in einem Meinungsaustausch. Ich weiß, dass es für Sie auch schwere Kost ist und ich muss Ihnen alle Zeit geben, der Welt, um in Ruhe sich auch mit meinen Gedanken zu beschäftigen, weil viel Wissen darin ist für die Menschen genauso neu wie für Sie, Herr Magnet. Und so neu es war für mich in den letzten 1, 2, 3 Jahren während der Recherche für dieses Buch. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich hatte mal Gänsehaut. Das war im Oktober 2020, als ich einen guten jüdischen Freund, den ich seit 2005 kenne und der zwei Hotels hat in einer großen Stadt in Deutschland. Ich sage bewusst nicht, an welchem Hauptbahnhof gelegen, um auch Sie zu schützen, der mit einem ehemaligen Zentralratsvorsitzenden des Judentums in einer Schulklasse war. Also auch nicht irgendjemand, er ist sehr gut vernetzt. Ich habe in seinen Hotels jahrelang kostenlos übernachtet, wann immer ich da war. Und ich habe ihm dann mein Buch Fembestimmt geschenkt, 2020. Und seine Frau erzählte mir damals eine Geschichte während des Sechstagekriegs. Sie kommt aus einer reichen jüdischen Familie in Libyen. Und 1967, das war der Sechstahlkrieg, als Israel einen sogenannten Präventivkrieg führte. Und sie hat mir dann eine Geschichte erzählt, die sich damals ereignete, wo ich wirklich Gänsehaut hatte. Und die ich auch im Kapitel 3 beschreibe. Ich habe ja gerade schon erwähnt, es gibt einen Appell in Kapitel 3 vor diesen brisanten Kapiteln. Und ich bitte auch an einer Stelle, dass wir auf keinen Fall den Fehler begehen und jemanden verfluchen, weil wir dann nämlich den Weg des Bösen gehen. Und ich will Ihnen nur eines sagen. Diejenigen, die ich hier überführe, der Lüge und der Täuschung und der Erpressung, der Erpressung, den kann ich nur aus der Bibel eben eines sagen. Wenn ihr wirklich gottgläubig wärt, dann würdet ihr das, was ihr getan habt, niemals tun. Und ihr würdet nicht für teuflische Verdrehungen stehen. Denn eine steht ja im Alten Testament. Wehe denen, die Böses gut und gut böse nennen. Die aus finsternes Licht und aus Licht finsternes machen, Herr Magnet. Und die aus sauer süß und süß sauer machen. Und deshalb kann ich nur an alle appellieren, in der Zeit der französischen und der russischen Revolution hätte niemand von uns wirklich leben wollen. Ich denke, dass es wichtig ist, alle Dinge auf den Tisch zu bringen in Zeiten wie diesen, dass man auch allen Indizien und Hinweisen nachspüren muss. Deswegen wird Ihr Buch sicher ein sehr interessantes Buch sein. Ich habe es in der Zeit natürlich noch nicht gelesen. Ich werde es aber lesen und werde dann vermutlich ein zweites Folgeinterview mit Ihnen führen. Die gewissen Quellen, die Sie verwenden, wie Goldman und so, habe ich natürlich schon vor Jahren studiert. Aber wir kommen jetzt noch zu einer Frage, die sich vielleicht viele Zuseher auch stellen werden. Wir haben beispielsweise Personen wie einen Bill Gates. Bill Gates, der nachweislich sehr mächtig ist, sehr reich ist, sehr einflussreich ist. Steht er über diesen Kräften gemäß Ihren Recherchen oder ist er untergeordnet? Und warum unterwirft er sich Pläne? Nur weil er gut verdient, kann man an Beispiel Bill Gates das zum Beispiel festmachen, weil Bill Gates ist ja kein Zionist. Ich würde jetzt mal nicht Bill Gates wählen, sondern ich würde mir mal die Person Klaus Schwab anschauen. Glaubt allen Ernstes jemand da draußen, dass Klaus Schwab der Puppenspieler ist? Also, dass er die Puppen führt, dass er mit den Puppen spielt, dass er mit diesen politischen Marionetten, die uns hier mit den Gesichtern, die uns da geboten werden, spielt? Dass er der große Einflüsterer ist, der große Stratege? Ich glaube nicht, oder? Wenn man sich diese Witze über anschaut. Ich habe Pascal Neidzschade gefragt, der ja dessen Vater ja Mitbegründer beim Weltwirtschaftsforum war. Und auch er hat es mittlerweile in Abrede gestellt, dass Klaus Schwab das sein kann. Alleine sein schlechtes Englisch würde es nicht möglich machen. Aber Sie sagen, hinter Klaus Schwab oder hinter Bill Gates stehen dann die Kräfte, um die es in dem Buch geht. So, und ich werde in einem Kapitel sehr ausführlich darlegen, worum es geht. Und dann werde ich sogar etwas von Ronald Reagan, das ist an alles verlinkt, das kann jeder überprüfen. Es gibt vom US-Kongress dann sogar noch Anfang der 90er Jahre dazu eine Resolution. Da stehen Dinge drin. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht, worum es geht. Und wer das alles sieht, der wird dann erkennen, worum es hier wirklich geht. Und diejenigen, die heute noch lächeln, ihr könnt mich gerne verspotten, ihr könnt auch mich diffamieren. Aber eines könnt ihr nicht. Ihr könnt die Quellen dieses Buches nicht als unwahrhaftig bezeichnen. Und diejenigen, die dieses Buch lesen werden, ich kann alle nur auffordern und bitten, dieses Buch weiterzugeben. Denn es wird für nur 8,88 Euro in Amazon angeboten. Gut, die Printausgabe, da die Druckkosten alleine gestiegen sind, 15 Prozent des Nettoverkaufpreises kriegt der Auto. Ich sage das mal, man gibt ja 40, 50 Prozent Rabatt. Im Großhandel sogar 50 Prozent Rabatt. Kann sich ja jeder ausrechnen, was da hängen bleibt. Ich selbst werde mir nichts als Auto auszahlen lassen. Und ich kann deshalb wirklich nur bitten, dieses Buch als Chance zu begreifen. Wirklich als Chance. Für mich ist es eher ein ganz großes Risiko. Aber die Chance für euch alle ist es mir wert, dieses Risiko einzugehen. Sehr geehrter Herr Schulte, danke für diese Ausführungen, die auch aus meiner Sicht einen guten Schluss bilden. Ich habe mich heute wirklich redlich bemüht, gewisse Informationen rauszubringen. Nochmal eine Komplexitätsreduktion. Sie haben 200 Bücher oder 200 Quellen oder mehr ausgewertet in einem Buch. Ich habe versucht, dieses Buch heute in 50 Minuten zu fassen. Das Buch wird insgesamt aber auch mit diesem Mantal über 990 Quellen haben. Und die 50 Minuten haben vielleicht dem einen oder anderen Einblicke gegeben. Wir haben versucht, gewisse Dinge herauszuarbeiten. Sie haben aber eines vor allem sehr authentisch, denke ich, dargelegt, auch mit dem Buchpreis, den Sie zweimal wiederholt haben, dass klar ist, dass es Ihnen nicht um Geschäftemacherei geht. Ihnen geht es jetzt nicht um Clickbait oder dass die Leute schnell ein Buch kaufen, sondern Sie haben für sich eine Mission erkannt. Sie wollen das in die Öffentlichkeit bringen. Und meine Mission, sehr geehrte Damen und Herren, ist es, Menschen, die heiße Eisen anpacken, Menschen, die Thesen aufstellen, Menschen, die auch heiße Recherchen zutage befördert haben, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Deswegen unterstützen Sie Auf1, denn Auf1 ist alternativ und wahrhaft unabhängig. Wir können uns den Luxus leisten, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir hatten schon viele Interviewpartner, wo ich sagen musste, ja gut, ich teile vielleicht nicht 100 Prozent der Ansichten, aber ich werde alles dafür geben, dass diese Menschen das auch frei sagen können. Denn das ist notwendig, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Danke, Herr Schulte, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Danke, werte Zuseher, dass Sie drangeblieben sind. Bis zum nächsten Mal bei Auf1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.